hi meine lieben ich melde mich ganz ganz kurz zurück ist wirklich nur ein kurzes video ich hatte in meinem letzten update ja gesagt dass ich das kleine mäuschen das kleine baby wahrscheinlich spüren am nächsten tag war ich mir eigentlich sicher und wir haben jetzt heute dienstag gestern abend beziehungsweise ab nachmittag war eine freundin bei mir bis abends um 10 und ja wir hatten uns einen schönen abend gemacht haben noch zusammen essen gemacht und gegessen und haben dann mit lena zu abend gegessen und eigentlich den ganzen abend danach haben wir ein paar youtube videos geguckt und es war so schön ich habe ständig den kleinen schatz gemerkt wie er gestrampelt hat und ja wie er sich bewegt hat also die bewegung waren wirklich gestern eindeutig und auch nicht einmal kurz sondern das kleine würmchen hat wirklich gezappelt da drin und radau gemacht und ja das ist wirklich ein wunder wunderschönes gefühl und ja das wollte ich euch eigentlich nur kurz berichten ich war ja auch gestern beim frauenarzt hatte wieder meine untersuchung aber dazu kommt ja wie gesagt ende der woche das neue schwangerschafts update und da werde ich euch auf jeden fall mehr erzählen es gibt ein paar infos paar neue infos und ja meine lieben das war es auch schon ich wollte euch nur kurz davon erzählen weil ich das wirklich so so toll finde und weil ich mich so sehr freue bis dann meine lieben tschüss bis dann meine lieben tschüss